Ja, Hallöchen Puppöchen und Namaste. Meine Zocknig-Freunde, jetzt habe ich mein Spruch klar von Blami. Ich bin nicht ganz alleine. Naja, ich habe mir in alles Game ausgegraben. Wer kennt es nicht? Battlefield 2 Bad Company. Oh shit. Wollen wir mal, oder? Gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Ich glaube, es ist ja nicht. Oh, okay. Läuft der schon mal super. Oh, ich habe so Bock drauf für das Spiel, gell? Oh, geil. Beste Battlefield. Ja, er ist gut. Er ist auch tot. Yeah. Scheiße. Ice Rape. Boah, ich habe ein bisschen geleckt hier. Wuh. What the hell? Was soll das? Sorry, keine Ahnung, was es war. Komm, weg los. Weg los. Na auf. Wo können wir? Mein Gott. Lol. Toll. Ach ja, genau. Das ist einer von uns gewesen. Boah, ich weiß, ich habe Autoscope drin. Nichts gut. Was muss ich rumstellen, ey. Tanne! Wo sind sie? Ah, da ist, da ist doch Reinhardt. Wo denn, ey? Was? Oh, ist schon vorbei. Ja, war doch gut. 1 zu 2. So spielen Probis, ja. Merkt's euch. Blendern oder was? Oh, das wird krass. Ich will das halten. Sorry, dass ich das hier rumfuchtel, aber ich habe es eben mal neu installiert. Gucken wir mal. Zu Fuß. Ne, einstellen. Zoom ein aus. Ah, ne, ich muss hier halten. Das ist meine Stimme. Okay. Lass mal höher rein. Juhu! Putz! Ah! Wo ist der? Das ist ja auch mies. Puff schnell schießen auf einen, ey. Wo? Da! 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 Das wird auch. Puff! Was war denn scheiß Tank da weg? Was war denn scheiß Tank da weg? Was war denn scheiß Tank da weg? Was? 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 Wo? 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 Woohoo! Ja, die kommt doch... Die... Okay, ich hab's noch nicht mehr gespielt. Er steht da oben mit seinem Heating. Könnt nicht schon wieder rasten. Da ist doch einer. Oh, sag mal, was ist hier los, ey? Das ist ja nervig, wieso? gerade. Geht aufkleben? Ah cool, ich hab aber keinen. Oh Gott, ne. Das und... Ne, das. Woah, nicht hier. Oh mein Gott. Da ist noch einer. Uh, das ist weg, wahre. Ah, komm. Uah, ich treff nix mehr. Zu dem Dreck hier. Mensch. Wo sind sie? Wo sind sie? Es ruckelt dann hier so die ganze Zeit. Ja komm, zeig dich. Gut. Zweimal. Zweimal. Und er hat mich auf. Irgendwas leckt hier die ganze Zeit. Markiert sie doch, ey. Oh, ich sehe ja gar nicht, Mensch. Oh, Mensch. Oh, ho, ho, ho. Okay, ich sollte einfach gleich kommen. Dabei, dabei. Ah, hier. Ah. Ach, komm schon. Da kommt noch einer. Du Scheiß, Sammy. Sergeant Apfel. Die Fuse, den Dreck. Das hab ich nicht vermisst hier. Spawn tot, spawn tot, spawn tot. Aber macht Laune. Macht wieder Laune, ey. Geil. Ich fand sie noch das beste Battlefield, was hier rauskam. Oh, scheiße. Das sollte man nicht machen. Huh. Ah, kacke. Kacke. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Scheiße, ich sehe nicht. Ja, muh, ne. Was macht denn mein Team hier? Das ist dauerhaft tot. Keine Fresse, ey. Ja. Wo zum Henker? Oh. Oh, alleine ist es kacke. Stirb, Kartoffel. Oh, ja, genau. Wir sind im Turm, ey. Ja, genau. Man. Natürlich. Haben sie jetzt wieder. Ganz toll. Jo, er ist schon wieder weg. Freut man sich doch. Was sind diese scheiß Sniper? Auch weg. Und ich bin auch weg. Ach, ja, ach, ja, ach. Ich hoffe, es hat mir sogar im Telefon. Das ist nämlich ziemlich nervig gerade. Ja, die machen. Wo sind die? Gut, 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 gut. Ja. Was sollte mir so weit vorlaufen? 9-13. Oh Gott, wie schlecht. Gibt es eh nicht. Das war mal andersrum. Oh. Wenn es da einmal über die Gas, ne? So, war... Wer ballert denn da die ganze Zeit? Hier. Oh, der scheiß Panzer. Mensch. Das wird so nix. Bäh. Die haben schon wieder B. Ey, es ist doch länderlich. Was, wo? Ja, genau. Boah, die machen uns hier gerade fertig, ne? Ja, das wird so nix. Ja, geil. Och, echt jetzt? Ah. Hihi, den hab ich noch. Bitte nix. Ach ja, kommen sie immer zu 20 auf mich zu, ey. Das wird so nix. Das wird so nix hier, ey. Guck mal. Okay, fangen sie ordentlich ein, du. Dannach. 1 Scheiße, die haben's schon. Ach, hinter mir war einer. Aha. Das brauchen wir die letzten. Ah, scheiße, ich muss hier. Da ist noch einer oben drauf hier, oder? Ja! Ach, das gibt's doch nicht, oder? Jo. Ich bin gleich am Arsch hier wahrscheinlich. Wo ist er? Hier war doch irgendwo einer. Wo? Boah, scheiße. Nix gut, nix gut. Ich bin grad ein bisschen überfordert. Ich bin grad ein bisschen überfordert. Boah. Den hab ich auch nix noch. Igigigigigigigigigig. Hey hießen wir den Fuß so wieder vergoser. Ah, kann man das? Ah, ja. Waaah! Glamato! Das hab ich gedacht. Das war's aber. Wo, wo hockt denn der schon wieder? Da oben, ey. Boah, die Nemesis. Hat er schon die Nemesis? Hurra. Oh, das nervt grad ein bisschen. Die rushen uns hier weg, ey. Ist ja peinlich. Ja. Ich glaube, ich sollte mal wieder mit jener hier spielen. Ach, gibt's das? Okay, jene ist auch scheiße. Ja, das war's. Kaputt, tot, endepengen, puß. Mach da mal wieder mal Laune, ey, ganz ehrlich. Your mom's pussies. Yeah. Ist klar. Cool, 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 cool. Mach Laune. Aber, das reicht jetzt erst mal wieder. Mhm, mhm, mhm. Folgen bestimmt noch ein paar. Na klar, folgen definitiv noch ein paar. Und wir sagen in diesem Sinne, tschüss mit üs. Für dich, so wie der Christoph immer sagt. Keiner weiß, wie ich es richtig aussprochen habe. Tschüss. Tschüss.